Ihr seid alle Sinner. Ganz Deutschland ist gottlos. Anselm Obern verbreitet Hassbotschaften im Internet. Der Prediger, selbsternanntes Oberhaupt der sogenannten Baptistenkirche, zuverlässiges Wort in Pforzheim. Die Gemeinde hat sich einen kleinen Raum in der Innenstadt angemietet. Wegen Aussagen, die sich u.a. gegen queere Personen und Frauen richten, ermittelt jetzt die Karlsruher Staatsanwaltschaft. Es geht um den Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Fort in Pforzheim war heute kein Mitglied der Gemeinde anzutreffen. Auch eine schriftliche Anfrage blieb unbeantwortet. Die Kirchen in Pforzheim aber sind empört. Die Dekanin der evangelischen Kirche hat Anfang März erstmals von der neuen Baptistengemeinde erfahren. Wenig später hat sie selbst, wie auch andere, die Staatsanwaltschaft alarmiert. Man kann nicht einfach einen Raum mieten und dort sagen, was man will und gegen Menschen hetzen. Das geht nicht. Dass da jetzt Ermittlungen eingeleitet werden, das beruhigt mich. Ich bin froh, dass ich auch nicht die Einzige bin, die es getan hat. Auch andere Gemeinden haben sich klar von den Hassbotschaften distanziert. Christiane Quinke hat auch die Stadt Pforzheim um eine Stellungnahme gebeten. Auf die wartet sie jedoch seit Wochen. Nichts nicht so, dass wir das Leute nicht Sie sind ja so, das schon funktioniert. Allerdings stand erseitig. Die benutzen wir uns schon kurz drüber drüber, Man wird es ja umnie하겠습니다.